Ich habe bald genug Geld, um einen Friedhof zu bauen, dann wird das auch alles nochmal um einiges besser, weil dann sind die Dings noch zufriedener und dadurch... Oh Gott, so viel verlassen Häuser. Was ist das für ein Shit? Kacke. Alter, wie schnell die... Die hauen einfach alle nacheinander ab. Wir machen Minus, wir machen Minus. Wie? Das kann nicht sein, das kann nicht sein, das kann nicht sein. Dann mache ich hier nochmal neu hin. Überall da, wo jetzt schon alles verlassen ist, also wo jetzt alles wieder frei ist, meine ich, kann ich wieder ein neues Gebiet hinmachen, wodurch neue Leute wieder einziehen können. Hoffentlich, wodurch ich wieder mehr Geld bekomme, denn ich mache Minus. Und das ist nicht gut, das ist definitiv nicht gut. Das ist sehr schlecht sogar, sehr, sehr schlecht. Sehr, 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 sehr schlecht. Kacke, Alter. Kommt Leute, zieht ein und kommt in die wunderschöne Stadt, dessen Name noch nicht wirklich vorhanden ist. Hier kann noch alles hin. Hier kann auch noch alles hin. Das Gebiet habe ich auch schon. Okay. Hier auch nochmal. Hier auch nochmal. So, kommt gerne nochmal in das Industriegebiet. Baut hier eure Sachen auf oder so. Vielleicht bringt ihr doch nochmal ein bisschen Geld. Ups. Hey. Super. Baut nochmal neue Sachen hier hin. Neue Gewerbe oder so. Wenn ihr wollt. Das hier bitte weg. Dann kann ich hier nämlich wieder neues Industrieland hinmachen. Ei, 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 ei. Ei, 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 ei. Mach ich wieder Plus? Nein, ich mach immer noch Minus. Shit. Shit. Wieso gehen die Finanzen runter? Geht hier die Finanzen runter? Ne, hier steigen sie immer noch. Kacke. Wo ist die? Was? Zufrieden? Ja. Müll. Wir brauchen halt neuen Müll. Okay, Moment. Wir brauchen noch eine Mülldeponie. Die backen wir... Hier hin. Oh shit. Ja, die sind unzufrieden geworden. Fuck. Müssen wir das nochmal weiterbauen? Müssen wir nochmal bis hier. Damit ich dann diese Mülldeponie bewegen kann. Bewegen kann. Hier hin. Umzugskosten. 800, als ob das was kostet. Ich mach die mal hier oben hin. Das geht nicht. Deine Ernte. Ja, komm mal her. Weg. Ich kann es hier aber auch nicht bewegen. Kann ich nicht irgendwie... Nein. Shit. Nein. Shit. Das wollte ich nicht. Ich wollte nur anklicken, bewegen, irgendwo hier hin machen. Irgendwo. Shit. Da oben ist noch eine. Den kann ich die hier... Hier kann ich die doch irgendwie... Kann ich nicht, weil die kann... Mann. Ich darf die nicht so nah... Doch, hier kann ich den machen. Hier kann ich den machen. Die Leute kommen zwar dann rein und... Ist mir egal. Ist mir egal. Wir müssen das alles später eh noch mal irgendwo in der Ecke machen oder so. Äh... Wasser ist da. Strom ist da. Müll. Hat sich nicht geändert, Alter. Gesundheit brauchen wir auch noch mal mehr. Ei, 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 ei. Lärmbelästigung. Wir müssen das... Wir müssen das später alles noch mal abreißen, Leute. Alles noch mal abreißen. Ach, damit kann ich Sachen entfernen, ne? Stimmt. Haus entfernen. Haus entfernen. Haus entfernen. Gib mir das Geld. Ne, ne? Äh... Das Haus kann ich auch entfernen. Das hier auch. Immerhin brennt jetzt nichts mehr ab, wie es aussieht. Immerhin brennt jetzt nichts mehr ab. Da ist noch ein Tot da. Ja, ich weiß. Ich weiß. Ich weiß. Doch hier ist was abgebrannt. Das Haus ist verlassen. Das Haus ist verlassen. Das ist auch gerade verlassen worden. Oh shit. Ich habe den Strom gekappt. Ich habe den Strom gekappt. Von hier nach hier. Danke. Das kommt weg. Das kommt weg. Die Gebiete bleiben aber da, ne? Also, dass da noch mehr... Äh, dass da noch Sachen bauen können. Ich glaube, das bleibt da. Sollte es eigentlich. Dampfwalze. Ja, warum komme ich da nicht drauf, ey? Ich habe die letztens erst angeklickt und mich gefragt, was das ist. Was war's? Sachen kaputt machen. Ich komme da einfach nicht drauf. Was ist denn mit mir? Wir müssen das später alles eh nochmal... Alles abreißen. Dann müssen wir das alles nochmal neu sortieren. Das ist mein einziges Problem. Ich habe nie eine gute Aufteilung bei solchen Spielen. Wenn ich irgendwie was baue oder so. Hier ist aber auch so viel verlassen. Die verlassen hier alles nacheinander. Das ist ein bisschen sehr problematisch. Ein bisschen sehr, sehr problematisch. Da ist noch was. Hier ist wieder was verlassen. Jetzt reicht es aber auch erstmal, ne? Ein Gebäude ist abgebrannt. Juhu. Das ist sehr schön. Fast. So, die Gebiete bleiben, oder? Die Gebiete bleiben? Alles klar, die Gebiete bleiben. Das ist sehr gut. Sehr, 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 sehr gut. So, ja. Wir brauchen jetzt... Wir müssen jetzt unbedingt erstmal auf diesen Friedhof sparen. Das sind nur noch 2000. Die kriegen wir. Wir machen gerade wieder mega gut plus. Auf jeden Fall. Ah ja, ich nehme schon eine Stunde 16 auf, ey. Okay. Äh, eine Stunde sechs, meine ich. Komm, wir haben gleich die 8000. Wir haben gleich die 8000. Friedhof. Yes. Und die Polizeiwache kommt dann hier hin. Irgendwie. Hier. Ja, hier würde ich sie hinstellen. Kostet aber 12.000. Das ist was. Das ist Feuerwehr. Ups. Ich wollte Polizeiwache, meine ich. Kommt dann dorthin. Wir brauchen noch um einiges mehr Mülldeponien. Das heißt, wir machen jetzt erstmal... Erstmal reißen wir das Ding dort ab. So. Dann bauen wir jetzt erstmal Straßen. So. Und da kommen jetzt alle Mülldeponien hin. Die hier. Kriminalitätsrat ist zu hoch? Ist klar. Ich will bitte diese Mülldeponien nehmen. Wieso kann ich sie nicht verschieben? Ach, weil die voll ist? Ah. Ich wusste gar nicht, dass das geht. Ah, jetzt habe ich ein falsches Haus entfernt. Upsi. Das war jetzt natürlich doof. Das war jetzt sehr, sehr doof. Alles mit dieser Dampfwalz. Warum ist mir das nicht vorher schon aufgefallen, ey? Ups. Falsches Haus. Oh Mann, ey. Ich sollte mich nicht so oft verklicken. Hä? Ach da. Das hier. Wir sind auch nochmal zwei verlassen. Das. Nicht diese Stromleitung. Fuck. Okay. So. Nach hier. Danke. So. Und wenn es geht, würde ich jetzt bitte diese Mülldeponie nehmen. Was ist mit dieser Mülldeponie? 40% voll. Ai, ai, ai. Okay, Moment. Auch noch mehr Mülldeponien. Wir haben. Ja. Hier kann noch eine hin. Stell ich hier gleich noch eine neben. Mülldeponie aus dem Höferbrennungsstatus. Was ist das denn? Ah. Kacke. Ja, Müllverbrennung können wir natürlich nicht machen. Natürlich ist es niedrig. Shit. Egal. Okay, gut. Wir haben das erstmal Strom. Brauchen wir auch nochmal ein bisschen was. Später. Was ist noch alles okay? Bildung geht auch noch klar. Was haben wir hier dann alles? Wir haben hier noch Friedhof. Genau. Das haben wir. Vorher haben wir auch schon Polizei. Können schon eine Oberschule machen. Die kostet aber einiges halt. Und ein Busdepot können wir auch machen. Park. Wollen wir erstmal einen kleinen Park machen. Oh, fuck. Der Friedhof hat kein Dings. Der Friedhof hat keinen Strom. Der Friedhof hat keinen Strom. Ja, GG. Mal nach dort. Und kein Wasser hat der Friedhof auch. Was ist denn mit mir, Alter? Warum vergesse ich denn sowas? Zack. Ich brauch so einen... Okay. Ich stelle hier gleich nochmal eine hin. Hier in die Ecke würde ich sagen. Ja, da in die Ecke kommt noch eine. Wenn wir das Geld haben. Aber dann beende ich auch gleich erstmal. Diese Folge. Oh, joi, 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 joi. Das ist echt... Also, ich hätte mir das Spiel nicht so anstrengend vorgestellt, muss ich sagen. Definitiv nicht. Aber wir verlieren wieder Einwohner. Das ist ein bisschen schlecht. Komm. Strom. Super. Dampfwalze, bitte. Das kann weg, bitte. So. Denn das Haus ist verlassen. Das Haus... Wieso passiert mir das ständig? Wieso? Das ist echt nervig. Äh... Weg. Weg. Dampfwalze. Komm schon her. Äh... Hier ist noch ein verlassenes Haus. Dort ist ein verlassenes Haus. Das hier. Hier und hier. Gebäude brennt. Man muss einen Einsatz hinschicken. Das Gewerbegebiet hier hinten ist halt total tot, ne? Das ist halt total tot. TTT. Total tot. Ups. Falsches Gebäude. War nicht meine Absicht. Das Gebäude ist hier auch tot. Super. Hier ist auch wieder eins leer. Hier ist auch wieder eins... Ach Gott. Verlasst doch nicht alle euer Haus. Das ist echt... Anstrengend, euer Haus denn hinterherzuräumen. Äh... Euch denn derzuräumen. Dieses Haus dann abzureißen. Ist das nervig. Ist das nervig. So. Kaufen sie neues Land. Ja, das mache ich. Was brauche ich denn jetzt? Was soll ich denn jetzt mit neuem Land machen? Ich habe noch genug Platz. Ich habe nur nicht das Geld. Und... Weg. 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 Und weg. Gebäude ist abgebrannt. Hups. Falsches Gebäude. Hups. Falsches Gebäude. Könnt ihr jetzt mal aufhören, so aus euren Häusern raus zu rennen, Alter? Ihr flieht ja förmlich von dieser Stadt. Was ist denn mit euch? Wir brauchen unbedingt eine Polizeiwache. Unbedingt. Unbedingt. So, was haben wir denn? Strom brauchen wir ein bisschen mehr. Langsamer. Abwasser bräuchten wir auch vielleicht ein bisschen. Schule auch. Wie viel kostet nochmal eine Grundschule? Ja, das müssen wir auch langsamer bauen. Ja, alles klar. Dann bauen wir jetzt einen Park. Hier. Was? Was ist neben einer Straße platziert werden? Okay, machen wir das jetzt hier. Super. Super. Schön. Entlang. Diesen verdammten. Was auch immer ich ausgewählt habe. Kleiner Spiel. Oh, warte. Haben wir jetzt vier Spielplätze oder so? Oh. Ja gut, dann haben wir halt hier ganz viele Spielplätze gleich, ne? Das war gut. Das war sehr gut, Doki. Das war sehr, sehr, sehr gut. Dann muss ich mal, ich muss mal eben das hier wegmachen. So, dann kann ich nämlich hier erstmal ein bisschen Park platzieren. So, und der braucht erstmal Strom. Richtig, dann mache ich das aber von hier aus. Wenn wir genug Geld haben. So. Alles klar? Alles klar. Was ist hier jetzt los? Kriminalitätsrate zu hoch. Ja, okay. Ich brauche unbedingt, unbedingt Polizei. Alter Vater, verlassen hier viele Leute. Oh, Euser. Oh, Mann, ey. Aber gleich beende ich wirklich die... Hä? Bist du da? Zack. Das hier ist verlassen. Das ist verlassen. Ja, auch zu tweetern. Zack. Das hier. Hier auch noch eins. Hier auch noch eins. Hier auch wieder zwei Stück. Noch mehr. Alter, Industrie ist halt tot. Ich weiß nicht warum. Gewerbe auch. Industrie und Gewerbe ist irgendwie für den Arsch, wie es aussieht. Geh weg. Einrichtung leer. Ach, warte. Ist die... Warte, warte, warte. Das hier? Ja. Ich kann es verschieben. Auf nach hier hinten. Kann ich nämlich das hier wieder zum Gewerbe machen? Super. Perfekt. Damit... Das müssen wir jetzt auch entleeren lassen. Genau. Was ist hier für ein Problem? Ich weiß nicht, was das für ein Problem hat. Ähm. Ich weiß, dass hier eine hohe Kriminalitätsrate ist. Das ist jetzt eigentlich noch mein Ziel für heute. Ich will diese verdammte... Polizeistation bauen. Holztes Haus. Das ist so das Einzige, was mich jetzt noch reizt. Diese Polizeistation. Weil es fuckt einfach total ab, dass wir die nicht bauen können. Dass hier so viele... Ich glaube, die ganzen Häuser werden verlassen, weil hier gerade so eine hohe Kriminalitätsrate ist. Ich habe gerade ein falsches Haus abgerissen. Egal. Das nach da. Was passiert mir denn hier mal? Das ist so nervig. Och, Leutchen. Es verlassen... Hört auf, euer Haus zu verlassen. Zack. Zack. So, diese 12.000. Diese 12.000 fucking... ...Geld. Ich weiß immer noch nicht, was hier für eine Währung ist. Ich glaube, es ist Dollar, aber... ...sicher kann man es ja nicht sagen. Hier oben ist noch ein Haus. Das hier. Dort. Dort auch schon wieder. Hä, wo? Hat er... Solange der Friedhof nicht verlassen wird, ist alles gut. Ach, Mensch. Industrie ist auch... Industrie fuckt halt mega ab. Falls ihr irgendwelche Tipps habt oder so, könnt ihr mir die gerne ab... ...ääh... ...ab in die Kommentare schreiben. Tipps nehme ich sehr, sehr gerne entgegen, ey. Die brauche ich aber auch. Bin so ein Noob. Guck mal, kaum ist das Haus weg. Sind die nachbar zufrieden. Oh, die sind ein Level aufgestiegen. Schön. Die sind schon lange da schon, glaube ich. Zack. So, wir können gleich die Polizeistation bauen, Leute. Bald ist es soweit. 12.000. Das sind die Kacke. Es fehlen nur noch 3.000. 3.000. Als ob gerade durch den Anzeigefehler ich ein falsches Haus abgerissen habe. Deine Mom, Alter. Was? Was? Das hier auch an der Ecke ist weg. Schön. Oh Mann. Immer die ganzen schönen Häuser. Alle abreißen. Na ja, wenn die hier nicht mehr wohnen wollen, ist das nicht mein Problem. Die verpassen was in ihrem Leben. Alles deren Schuld. Nur wegen D-Lock, die Stadt nicht. Wenn die noch da hätten, nicht mehr Geld. Könnte eine Polizeistation endlich mal gebaut haben. Schon seit 5 Milliarden Jahren. Strom ist okay. Wasser ist okay. Müll. Immer noch nicht. Müllverbrennung, aber das... Könnten wir bauen. Mittlerweile. Nein, können wir nicht. Was ist? Was lauere ich? Ja, Leute. Gleich, 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 gleich haben wir es. Gleich können wir diese... Komm. Ja. Endlich. Endfuckinglich. Ja, ja, das ist jetzt hierfür. Aber die Kriminalitätsrate sollte sinken. Ja, auf jeden Fall. Was ist hier? Kriminalitätsrate ist hoch. Nicht mehr her. Jetzt sinkt jetzt alles. Wir brauchen aber hier auf jeden Fall noch eine Polizeistation. Hier bauen wir auf jeden Fall noch eine hin irgendwie. Wohl hier für das ganze Gebiet hier so. Und auf jeden Fall hier unten noch eine. Dann haben wir auf jeden Fall erstmal genug Polizeistationen. Oh, und Feuerwehrstationen machen wir dann auch noch da hin. Herrlich, Leute. Herrlich. Super. Können wir hier irgendwie speichern? Können wir speichern? Spiel speichern. Geil. Neuer Spielstand passt perfekt. Speichern. Gut, Leute. Dann würde ich nämlich sagen, das war es jetzt erstmal. Mit dieser Aufnahme-Session. Vier Parts habe ich. Schöne Sache. Circa vier Parts. Aufnahme-Session von City Skylines. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Ist mal was anderes. Ist mal nicht so ein normales Let's Play so richtig. Sondern mal was wirklich anderes. An Spielen. Einfach so ein Aufbauspiel. Ich weiß nicht. Ich hatte Bock drauf. Und mal sehen, wie es so ankommt. Mir macht es auf jeden Fall mega viel Spaß. Ich werde es noch ein bisschen weiterführen. Ich weiß nicht, es ist nicht schon endlich weit machen. Bis wir eine ganz, ganz, ganz akzeptable Stadt haben, würde ich sagen. Und ja, dann würde ich sagen, wir sehen uns bei das nächste Mal wieder. Haut da rein. Na.